Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das DAX-Handise für Montag den 22.07.2024 und unser DAX hat auch am Freitag das Ding einfach nicht aufgekriegt und die schwache Woche dann tatsächlich auch recht schwach abgeschossen. Wir haben uns über verschiedene Dinge am Freitag unterhalten, insbesondere, dass diese Welle ja tatsächlich relativ fertig aussah und das Einzige, was fehlte, war ein Aufwärtsgib und Offenlassen und nach oben rausdrücken. Ein Aufwärtsgib kam auch über die 3.50, war aber sehr knapp, wirklich sehr knapp und war wahrscheinlich so knapp, dass es dann eben zugerammt hat und wir haben gesagt, wenn er eben das Gib nicht offen lässt, sondern ein Aufwärtsgib macht und er macht direkt den Gap-Kloss und neue Tiefs, das dann eben auch davon auszugehen ist, dass wir hier unten auf diese Channel-Kante fallen. Ich habe auch gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Channel-Kante uns irgendwie befriedigen wird zum Freitag. Ich würde eher denken, dass er dann da durchrutscht und schon eher noch mit der Kante sich hier arrangiert. Das hat er dann nicht ganz geschaffen, hat dann nämlich bei 18.190 Romier wirklich deutlich Fahrt rausgenommen, also richtig Fahrt rausgenommen, er hat richtig abgebremst und dann den restlichen Tag eigentlich nichts mehr hinbekommen und sieht jetzt auch relativ gereift aus. Also gerade durch das Abfedern zum Ende, es würde ihm wirklich nicht schwer fallen, hier in eine Erholung reinzugehen, aber wir müssen das wie die letzten Tage auch betrachten und ihm dafür eben auch was abverlangen. Er muss da in die Bringschuld reingehen, tut er das nicht und fällt uns einfach nur weiter und macht weitere Tiefs, dann müssen wir auch mit weiteren Tiefs kalkulieren und noch weitere Tiefs zielen. Das wäre dann jetzt hier eben die 18.130, die da als nächstes auf der Unterseite droht. Ich sage mal als Support bis in die 18.100 rein, ist eine schöne Supportzone, die jetzt eben halten kann und die verteidigt werden kann, wenn es uns im DAX gelingt, das hinzukriegen. Dreht er sich dort auf, wird er nochmal eine Chance kriegen, müsste dann aber die 18.190, 18.180 hier rausnehmen. Kriegt er das hin, kommt da drüber, hat er wirklich gute Karten, 220, die ganzen Marken, 2.90, 3.50, 4.40 anzulaufen und in die Erholung zu gehen und hätte wahrscheinlich auch gute Karten dann die komplette Woche hier wieder ein bisschen deutlicher abzutragen. Das Einzige, was wir halt brauchen, ist eine klare Umkehr. Er könnte die auch von Start anbringen, müsste uns dafür aber höher den Beweis erst bringen, das heißt, er müsste klar über eine 2.60 drüber und hätte dann natürlich auch bei 2.90 schon erste Gegenwert zu erwarten. Ich glaube aber, wenn er frontal angreift, drüber kommt und auch nach 9.30 hier neue Hochs oberhalb einer 2.60 platziert, dass wir mit 2.90 zu kurz denken. Ich denke, das wird dann eher so in die Richtung 4.40, 4.20, 4.100 reingehen, dass er die Erholung dann in die Bewegung reindrückt und sich hier oben einfindet am Montag. Wenn er wirklich frontal angreift, wenn er nicht frontal angreift und er drückt sich erst mal auf die 1.30, 1.100 runter, dann bleibt es dabei, dass 2.60 Widerstand von unten ist, auch 2.90, die 3.35, 3.50, 3.90, 4.40. Ja, so als erste Rücklaufziele, die sind dann eigentlich unverändert. Und kriegen wir hier unten aber keine Stabilisierung hin und er rutscht noch tiefer, dann wird es langsam ein bisschen kritischer, weil er dann aus diesen Trends rausfällt, aus den Trendlinien, die ihn hier begrenzen in seinem Korrekturmuster, was er hier hat, und dann sind die nächsten Stationen bei 18.50 und bei 17.59 bis 17.8.50. Das sind dann die Stationen auf der Unterseite. Ja, gerade hier die 18.50 als unteres Tagesband, das wird dann elementar wichtig, wie wir uns dort verhalten. Ja, also gerade so Tagesschluss unter 18.50, das wäre schon grenzwertig, weil es eine Übertreibungsmöglichkeit nach unten öffnen würde. Ja, und von daher kann man es sich vermutlich relativ leicht machen und sich einfach bei weiterer Schwäche eher auf der Short-Seite positionieren und dann an den entsprechenden Marken einfach ein bisschen in Deckung gehen, vielleicht was rausnehmen, absichern. Und wenn dann die grünen Kerzen kommen, wenn dann wirklich mal stärker reinkommen, wir haben ja jetzt keinen Tag mal richtig stärker drin gehabt, keinen Tag, der mal irgendwie richtig nach oben überzeugen konnte oder wo man mal wenigstens was hatte, was so aussah wie, Mensch, das wird außer der Dienstag letzte Woche, ja. Der sah wirklich so aus, wie es kommt jetzt was und dann hat er es trotzdem vermasselt, aber mal irgendwo ein bisschen Dauer rein von unten kommt, gerade hier so 1.30, 1.100, das würde sich wirklich anbieten und der hätte locker das Zeug hier wieder reinzukommen, weil wir sind eben übergeordnet noch in dieser Ziebezone. Wir sind noch in dieser Schiebezone und solange wir da drinnen notieren, müssen wir damit rechnen, dass jedes Signal irgendwo relativ zügig auch ausgekondert werden kann. Das passt es hoch zu, wie runter zu, egal wo ich hier in dieser ganzen Bewegung gucke, die wir hier haben, immer wieder passiert, ja. Und deswegen, dann würde ich, solange der hier in seinen Bändern auch vor allen Dingen noch drinnen ist, eher erstmal noch die Seitwärtsvermutung anstellen, auch wenn es jetzt Freitag dann auch sagt, Mittwoch nicht geklappt hat, ja. Er hat wirklich immer wieder die Bruchstellen nach oben nicht umgeklappt gekriegt und ist einfach weiter runtergefallen. Aber dadurch eben auch immer wieder in der Analyse drinnen geblieben, ohne das zu negieren halt, ne. Ja, und von daher dürfte es uns nicht ganz so schwer gefallen sein, das zu erkennen, auch wenn hier halt ein bisschen die Erwartungshaltung war, dass er dann eben auch auf der 1.30 schließt. Oh, mein Gott, da haben auch nicht viele Punkte gefehlt, ja. Das lassen wir so dann einfach mal gelten. Ja, und von daher, wie gesagt, wenn er hier eine schöne Umkehr reinkriegt, stresst sich oben schön raus, das wäre am einfachsten. Da unten kurz noch reinstechen, dann schön aufdrehen, dann könnte er sich hier oben hinstellen. Ich glaube, wenn er frontal angreift, wird es ein bisschen schwieriger, das dann auch über den Vormittag gestemmt und gehalten zu kriegen. Ja, ist auch ein Weg, das kann er machen, aber da muss auch wirklich erste Attacke kommen. Wir brauchen halt wirklich signifikant grüne Kerzen. Der Verfall ist vorbei, das dürft ihr auch nicht vergessen, ja. Die letzte Woche ein bisschen in Klammern setzen, es war Verfallswoche. Das sollte man nie ignorieren. Nach einem Verfall kann die Welt oft ganz anders aussehen. Auf beiden Seiten ist da alles möglich. Irgendwo, dass plötzlich richtig Tempo reinkommt und sowas, das sollte man immer ein bisschen in der Hinterhalt behalten. Ansonsten ist der Verfall ja relativ ruhig verlaufen, ja. Aber es ist eine komplett rote Tageskatze geworden, so wie es auch, oder darauf hingewiesen hatte, dass wir lange keine Verfallstage hatten, die so richtig nach unten durchgedrückt haben. Das war jetzt mal wieder einer, seit lang. Leitet jetzt quasi die schwachen Quartale wieder ein. Da wird sich der eine oder andere noch erinnern, hat man nämlich letztes Jahr genauso. Ja, wir waren auch im schwachen Quartal die ganzen Freitage immer richtig rot lang. Und dann ging es aber meistens Montag wieder nach oben zurück. Gut, Freunde, ich wünsche euch viel Erfolg am Montag, kurz klingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bitte, ich will, Tschüss.